Der Weg zu Deiner inneren Heimat Zum Anfang möchte ich Dich noch einmal darauf hinweisen, dass die Übungen aufeinander aufbauen. Fang mit der ersten Übung an und wenn Du das Gefühl hast, darin geübt zu sein, gehe zur nächsten Übung weiter. Gehe der Reihe nach vor. In den letzten Übungen hast Du gelernt, Dich mehr auf Dein Inneres zu fokussieren und Deine Aufmerksamkeit zu trainieren. Konzentration ist Dir bestimmt ein Begriff. Die Sonnenstrahlen haben einzeln keine große Kraft. Erst wenn sie gebündelt sind, können sie sich zu einer riesigen Energie entwickeln. Um Dir ein Bild davon zu machen, stell Dir vor, Du verwendest eine Lupe. Wenn Du sie unter der Sonne hin und her bewegst, hat sie wenig Wirkung. Erst wenn Du sie an einem Punkt für längere Zeit ruhig hältst, wird sich die Kraft der vielen Sonnenstrahlen zeigen und bemerkbar machen. Das kannst Du auch mit Deinen Gedanken erreichen, indem Du Dich für einige Minuten auf etwas Bestimmtes konzentrierst. Es wird Dir vorerst kaum gelingen, weil Deine Gedanken mit so viel anderem beschäftigt sind. Doch wie bisher gilt das Motto, Übung macht den Meister. In der achten Übung lernst Du, Dich durch gebündelte Aufmerksamkeit auf ein Ziel zu konzentrieren. Durch die so geschärfte Ausrichtung auf ein Ziel lassen sich auftretende Hindernisse bewältigen. Diese werden durch Dein stetiges Üben immer weniger und lösen sich schließlich auf. Die Herausforderung dabei ist es, die Konzentration für etwa 10 Minuten auf ein Ziel zu richten. Wenn Du dabei öfter abschweifst von Deiner Vorstellung, ist das in Ordnung. Beginne dann einfach wieder von vorn. Begib Dich wie inzwischen gewohnt an Deinen ruhigen Ort und setze Dich bequem und aufrecht hin. Nimm Dir ein vorher ausgewähltes Foto oder Bild zur Hand und betrachte es für etwa 10 Minuten. Präge Dir so viele Details als möglich ein. Lege es dann zur Seite und übe Dich darin, es Dir vorzustellen. Wenn es Dir gelingt, das Foto oder Bild vor Deinem Auge als geistige Kopie zu sehen, gratuliere ich Dir. Wenn nicht, wiederhole die Übung so lange, bis es Dir gelungen ist. Übe in Deinem eigenen Tempo. Diese Übung soll Dir aufzeigen, wie Du Dein Denken gezielt auf Deine Vorstellungen ausrichten kannst und sich dadurch Deine Lebenssituationen ändern. Es wird Dir bewusst, wie viel Macht Du inzwischen hast, Dein Denken und in Folge Dein Leben zu gestalten. Nun wünsche ich Dir viel Erfolg auf der Reise in Deine innere Heimat. Dein Denken Der W itiner